hallo und willkommen zu einer runde minecraft minigames wir spielen eine runde hide and see zusammen mit matthias hallo jetzt wollte ich jetzt wollte ich extra für dich springen und du drehst dich einfach so um ich wollte dir meine neue küche zeigen ich kenn die küche ich weiß du magst was soll denn das ach das sind besteck oder ist das besteck soll das besteck darstellen die idee alleine ist schon cool jetzt mal nimmst du den kompass und such dir aus welcher block du sein willst was für ein block ich sein will die weiß ich denn schon in welcher möchte ich spiele denke ich glaube ich will in ofen sein ich will in ofen sein jetzt gar nicht was ich bin ich bin auch im ofen da da will ich kein ofen wird ja auch alles schwarz okay jetzt wo bist du ich bin bei dem blauen schaf ich bin bei dem bücher block also machen wir unser eigenes ding jeder ja ich weiß noch nicht ich werde dich auch gerne suchen aber irgendwie bin ich schon losgerannt du hättest beim spawnen erstmal stehen bleiben müssen da stand nur ein blaues schaf das ist nicht gerade einfach als stings geld würde ich war nur so anmerken ich sehe es gerade als als ofen ich bin ja in ofen oder wegen bücher ich bin ich wollte doch gerade sagt was vorhin zu mir gesagt ofen also der domenik sagt immer rumstehen ist langweilig wir sollen nicht die gegend laufen ja ich bin ich bin draußen stehe ofen ich glaube ich bin dann gleich tot also ich bin in hidden fernace in der mitte von der kuppel ich auch und da kommt schon der erste oder auch nicht also ich stehe eigentlich einem komplett offensichtlichen platz weiß nicht stellt in der mitte da sehe ich schon die ersten nahe haben sie sich auch wieder auf die ganze zeit um ich rum aber wenn ich in der mitte bin ist das glaube ich nicht ausgeschlossene konnte man eigentlich auch koppelstern glöcke sein glaube ich nicht kolben ofen bücherregal und mehr habe ich irgendwie nicht gelesen treppen waren noch ja stimmt treppen noch sieht man eigentlich das schwert wenn man das ausgerüstet hat näge also ich denke ich bin ich tot gleich bin ich tot jetzt kommen sie rein ich höre treppen also ich höre jemanden hoch die treppen hochgehen ich habe angst vor was denn jetzt kommt er rein also ich sehe noch nicht einen einzigsten der ist einmal durchgelaufen und geht wieder also bin ich doch ganz gut versteckt naja ich stehe zwischen lauter koppelstern also wirklich um mich drum herum sind auch koppelstern und eigentlich sieht man ja nur meine oberfläche dann und die ist ja eigentlich auch koppelstern beim ofen ich bin ein draußen grill wie heißen wie heißen die so richtig hier diese steinöfen die es richtig gibt die 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 franzi hat so ein ding alter bin ich jetzt da sehe ich die ersten armen da sehe ich die ersten armen und da kommt schon einer um die ecke da kommt ein du arsch verpiss dich warum warum haben die kein noch bett ich habe gedacht die die schwerer hätten lockpacks keine ahnung vor allem der eine typ hätte mich nicht mit gericht nur der andere hat mich dann mitgekriegt rückstoß 1 mhm toll habe ich nichts davon gemerkt muss ich ganz ehrlich sagen er hat sich kein stück vom 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 flecke bewegt also bist du noch versteckt ja ja cool du hast gesagt in der mitte von der koppel ich würde ja mal interessieren wie viele noch leben aber das sehe ich leider rechts nicht äh heidas sind es noch elf und sieger sind es jetzt noch zehn was bedeutet denn nur eigentlich ein hässliches Geräusch ich weiß nicht was du meinst kann das eventuell sein dass man da den geutsch nahe ist wenn das geräusch kommt ich weiß nicht was du meinst ja das geräusch hattest du auch schon jetzt ist nämlich weg keine ahnung aber du kennst das geräusch du hattest das auch schon jetzt kommt jemand jetzt ist es wieder da jetzt ist es wieder da aber keiner kommt runter ins Loch jetzt bin ich tot nee er geht wieder hoch ich würde ja gerne wissen wo du bist ich würde dich auch nicht töten der steht direkt über mir jetzt ist er wieder weggegangen ich habe gewonnen cool noch eine runde bitte okay äh machen wir wieder zwei ja wenn ich sehe die ich sehe die tafel nicht er ist immer kompliziert ich habe am besten jetzt schon drauf ja weiß ich hau 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 ja ich bin drauf ja ich glaube auch äh ja da bist du jetzt möchte ich auch mal dieses Parcours laufen ich glaube dem bin ich noch nie vollständig gelaufen ich bin doch einfach runter gesprungen ja ich auch ja toll jetzt bin ich wieder zurückgesprungen ja ich glaube das darfst du nicht was naa runter springen doch eigentlich schon ich stand schon unten ist auch mauseloch und so oh geil jetzt bin ich runtergefallen ach mann ooo ja das mauseloch ist aber zu ja ich weiß das stand ich auch schon davor beim letzten mal oben du siehst doch oben das bild ne über dem mauseloch das bild über mauseloch ja da sind auf diesen grünen gras was da dargestellt sind sind ranken ja und die sind beim letzten mal bis runter auf dem boden gewachsen cool aber man konnte leider nicht hoch weil über dem mauseloch ist so ne so ne schwelle ich wollte mich so gerne in das bild rein stellen äh hatten wir jetzt eigentlich nochmal aufnahme beendet und nöö lass laufen ok kannst du jetzt was aussuchen äh ne nicht holz sondern blumentopf ne truhe bücherregal ich glaube ich will mal blumentopf sein was bist du blumentopf was blumentopf achso ich hab nen cookie äh ja als blumentopf kann man sich aber nur im f5 modus bewegen ja das hätte man auch mal davor sagen können das ist natürlich doof das ist natürlich doof so ich bin versteckt ich auch diesmal werde ich glaube ich nicht so lange überleben ich auch nicht ich hab mich nicht sehr gut versteckt seh schon die ersten norm ja frau mal interessante gesprächsthemen ich bin mal gespannt äh hat man da eigentlich auch ne blume auf dem kopf als ja echt ja naja gut ich seh noch mein skin hm 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 ich glaub schon also ich glaub mir war es doch jetzt ob du da ne blume auf dem kopf hast Wie sieht das eigentlich mit halben Blöcken aus? Kann man sich auch auf halbe Blöcke stellen? Nee. Okay. Also halbe Blöcke geht nicht. Hm. Ich hab noch nicht mal ein Schwert. Jo. Wäre cool, wenn man sich aufeinander stellen könnte. Jetzt habe ich ein Schwert. Ich auch. Aufeinander. Da ist jemand. Jetzt bleibt er einfach stehen. Ich sehe noch niemanden. Aber ich sehe gegenüber von mir ist auch noch ein Haider. Der ist aber im Bücherregal. Hm. Ich bin im Bücherregal. Äh, stehst du in einem Raum? Ja. Stehst du, ist, ist neben dir ein Kamin? Nein, ich stehe zwischen Bücherregalen. Schade. Ich habe gedacht, das wäre so geil gewesen jetzt. Weil bei mir ist direkt ein Ofen und dann ein Bücherregal und dann der Haider. Ja, das kann sein. Ich stehe neben dem Bücherregal. Ja, aber ist nicht... Du denn stehst du denn stehst du in einer Fensterbank? Ja. Ich stehe in der Ecke. Auf so einer Treppe? Äh, ja. Nee, links von mir ist ein Ofen und rechts von mir eine Blume und ein Kühlschrank. Ich kann nicht so weit gucken. Ich stehe wirklich in der Ecke. Links neben mir ist sowas wie ein Sessel. Das ist doof. Und wenn ich, wenn ich eben aus dem Fenster rausgucke, ist dahinter, äh, laufe immer mal Leute lang. Ist, wenn du jetzt dort stehst, rechts von dir, direkt rechts von dir ein Bücherregal und dann der Kamin? Ein zweier hoher Bücherregal. Dann kann ich nicht mehr weitergucken, weil das Bücherregal zwei hoch ist. Okay. Und vor mir ist roter Teppich. Nee, bei mir ist blauer kein Teppich. Alles klar. Schade. Das wäre so geil gewesen jetzt. Jetzt kommt einer bei mir vorbei. Ja, bei mir auch. Oder auch nicht. Der kommt direkt. Nee, der geht weg. Der kommt, er kommt sogar rein, ja. Oh, nee, jetzt läuft er wieder weg. Ich kann, ich kann mich leider nicht nach drüben bewegen. Aber jetzt rennt er wieder komplett weg. Bei mir nähert sich gerade ein Name. Dann bist du vielleicht einfach nur eins neben mir. Ich würde es ja jetzt gerne mal riskieren. Jetzt kommt der Name immer näher. Jetzt steht er genau an mir. Jetzt klein hat er mich kaum. Jetzt. Oder? Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Okay, jetzt geht er wieder. Oh, Manu. Ich würde jetzt gerne zu dir kommen. Warum? Warum? Damit ich neben dir stehe. Das ist ja nur die Name und danach die Zahl sehe ich nicht mehr. Die ist außerhalb des Monitors. Ich glaube, ich nehme heute die Folge und veröffentliche die. Hallo, nein. Doch, da kann ich alle noch mal dran erinnern, das ist morgen. Scheiße, ich habe mich bewegt, ich habe mich bewegt, ich habe mich bewegt. Bei mir sind gerade zwei Stück. Nein, einer nur. Der steht aber einfach nur rum. Jetzt kommt er. Nein! Nein!